Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Reaction Video, das erste in diesem Jahr und das auch zu einem besonderen Anlass, denn wir schauen uns heute mal einen, ja, ich würde mal sagen Bitcoin-Maxi an, der in letzter Zeit ziemlich oft richtig lag mit seinen Pump-Prognosen. Auf den ersten Blick wirkt das alles immer so typisch Clickbait. Auf den zweiten Blick muss man sagen, George, so heißt der netter Herr, hat wirklich viel Ahnung und er hat nicht umsonst, glaube ich, über eine halbe, wie 687.000 Abonnenten, der weiß schon, was er macht und er hat immer sehr gut Analysen. Ich gucke sehr häufig seine Updates, er bringt jeden Tag Daily Content, also wenn ihr Bock habt, dann abonniert ihn sehr gerne. Alles auf Englisch, von daher für diejenigen, die nicht so gut Englisch verstehen, vielleicht ganz cool, da mal reinzuhören, denn ich werde euch natürlich den größten Teil übersetzen und ich werde vor allem auch mal die Übersetzung unten anmachen, sodass ihr auch während des Videos ein bisschen mitlesen könnt. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns mal seine Argumentationen, warum Bitcoin am 10., also jetzt am kommenden Mittwoch, Vollgas geben soll und noch einige andere spannende Kennzahlen, wie zum Beispiel, dass wir die 47.000 Dollar-Marke das erste Mal seit 2021 erreicht haben. Welcome back to CryptoZeros, I'm George, we're all George. Es ist Intro überhaupt, oder? Hi, I'm George, we're all George. ...was good. If you thought today's pump to 47.000 was fantastic, just wait, because something bigger is coming, a massive... Also 47.000 war schon schön und gut, aber er sagt, etwas massive kommt, ja, also hier kommt was richtig krass ist, die 47.000 waren wohl erst der Anfang. A more massive pump is incoming and I will share with you guys the exact date, so you gotta save that date. So today let's talk about Bitcoin, it's sudden rise upwards and let's talk about two small cap projects. Und das spricht über zwei small caps, also Altcoins, die noch relativ wenig market cap haben, also noch ganz am Anfang ihrer Reise sind. Und er meint, die sind auf jeden Fall im Zusammenhang mit Bitcoin ebenfalls am Abgehen. Mal schauen. ...gained massively from Bitcoins' rise upwards. Bitcoin. Bitcoin ist auch wirklich Bitcoin, wenn es wirklich alles so eintritt. Bitcoin is looking very, very strong. It broke 47.000 several times. One, two, three, four, five. It's more than five times. Okay. Took a little breather. A couple times. Now looks like it wants to run back up. We're at 46.7. Man, today was good. Today was good. At least for Bitcoin. Now some of the Alts are starting to come up. Like I can't help but notice Solana is back at 99. It's up 11% today. Okay, lass uns mal kurz einen Blick drauf werfen. Solana 336% in den letzten drei Monaten. Cardano, ein schöner Verdoppler. Avalanche 273%. Polkadot, ein schöner Verdoppler. Und XRP, wahnsinnige 15,51%. Ja Freunde, da muss auf jeden Fall einiges gehen. Ja, ihr könnt ja mal eure Prognose schreiben. Wie wird der Januar enden für XRP? Das würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Auch wenn wir heute ein eher Bitcoin-lastiges Video haben. Denn gestern gab es ja einige Kommentare bei Twitter. Unter anderem XRP-Captain, der angeblich das XRP-Schiff verlässt. Und viele Leute sind gerade am kapitulieren. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie dieser Monat ausgeht. Ihr könnt mir ja mal eure Tipps unten reinschreiben. Was glaubt ihr, XRP Ende des Monats, Januar. As good as today has been, Bitcoin barely started. Barely started. And I think we're gonna have a massive pump. Also, er lehnt sich weiterhin weit aus dem Fenster. Sagt also, der nächste Bitcoin-Pump wird unglaublich. Der wird massiv. Und auch ich glaube, dass wir, wenn wir die 50.000 Dollar-Marke überschreiten sollten, so ein psychologischer Teil gebrochen ist und wir dann wirklich Vollgas geben könnten. Und es dann wahrscheinlich schlagartig auch auf 51, 52, vielleicht sogar 55.000 Dollar gehen kann. Ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr schon ein bisschen länger dabei seid, an das letzte All-Time-High. Auch da war es ja so, es ging wirklich Tag für Tag, Schlag auf Schlag unfassbar schnell. Und auch wenn ich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz der Meinung bin, sondern nach wie vor glaube, dass vielleicht, wenn alle darauf warten, dass es doch anders kommt, bin ich mal jetzt auf seine Argumente gespart. Hätte ich auch nicht gedacht, oder? Drei Jahre ist es schon wieder her, dass Bitcoin das letzte Mal die 47.000 Dollar-Marke erreicht hat. Wow. Also das ist definitiv auch mal eine signifikante Leistung, dass wir, wenn wir mal zurückdenken, vom letzten Januar bei knapp 16.000 Dollar, mittlerweile bei 47.000 Dollar ein schöner Verdreifacher haben und damit mal wieder so richtig auf Kurs sind. Wahnsinn. Aber daran sieht man auch, wie schnell die Zeit vergeht, Freunde. Die 47.000 2021 sind schon wieder drei Jahre her, Freunde. So schnell geht das. Very, very quickly, closing in at $50,000. Do you guys even remember the 20,000 days from last year? Like, even the 30,000? Like, it seems like we've moved so fast. Like, we just skipped through all those barriers, right? And now, 50,000 is right around the corner. And this is what I'm talking about. In approximately one day, 11 hours, of course, it could come sooner than this. We're going to get spot ETF approvals. It could have been... Also, die Bitcoin-Community scheint sich fast einig zu sein. Es gibt sogar jetzt schon den Countdown wie beim Halving. Es ist scheinbar in Stein gemeißelt, kam mir bisher noch nicht so vor. Es gab zwar übereinstimmende Berichte darüber, dass BlackRock davon ausgeht, dass am 10. Januar der ETF genehmigt wird und auch die finalen Anträge wurden letzte Woche eingereicht. Aber scheinbar ist es an mir entgangen, ist das Ganze bereits in Stein gemeißelt. Und hundertprozentig sollte es jetzt am 10. Januar kommen. Wir werden sehen, aber ich glaube, es würde dem Mark definitiv ordentlich gut tun. Seems like no. Gary wants us to wait. Gary does not want to give us what we all want early. He wants us to wait until the very last moment, January 10th. Even BlackRock is basically expecting approval on Wednesday, the 10th. Also, er sagt ja auch nochmal, dass Gary Gensler scheinbar bis zur letzten Sekunde wartet. Also scheinbar ist der 10. Januar wirklich die absolute Deadline. Das wird dann wahrscheinlich auch die Grundlage sein, warum die Leute alle davon ausgehen, dass es da kommen muss oder kommen wird. Und ja, Gary scheint bis zum letzten Moment zu warten. Why do we think it's going to happen? Well, Gary gave us a big clue. Now, at first I didn't quite understand where this was going. But now I re-read it and I totally understand where he's going. Okay. Also er nimmt jetzt Bezug auf diesen Post von Gary Gensler, der sich zum Krypto-Thema geäußert hat. Er hat das zuerst falsch verstanden oder nicht so richtig erkannt, was da der Sinn ist. Aber jetzt hat er es verstanden. Sind wir mal gespannt. Also, Gary Gensler hat vor ein paar Stunden was rausgehauen. Dinge, die ihr berücksichtigen solltet beim Investieren in Kryptos. Also daraus lässt sich ja vielleicht schließen, dass er schon mal die Leute vorbereiten will, darauf, dass da was kommt. At first I thought he was, you know, trying to spread a little bit more FUD on the entire Kryptosektor, which he does. Which basically he's like, well, those offering Kryptoasset Investment Services may not be compliant with applicable laws, including federal security laws. Investors in Kryptoasset Security should understand, they may be deprived of key info and other important protections in connection with their investment. Blah, blah, blah. Okay, basically he's trying to say a lot of, a lot of crypto projects, you know, may be conserved securities and you should watch out for yourself when you're investing in Krypto, right? So yeah, that is causing a lot of FUD. But why would he say it today of all days? Well, it's because I think he's trying to help his buddies at BlackRock because basically it's going to push people towards spot ETFs, if you think about it, right? Why else would he shun the buying of Krypto from projects other than to drive people towards spot ETFs, right? If you think about it, because he's spot ETFs are approved by the SEC, right? And away we go, right? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also, er sagt halt, dass das kein Zufall ist, sondern ganz bewusstes Timing von Gary Gensler, dass er genau jetzt gerade die Posts absetzt und alle Leute nochmal darüber aufklärt, wie gefährlich Krypto-Investments sind, dass das alles höchstwahrscheinlich illegal rausgegebene Wertpapiere sind, die nach wie vor ja auch noch angegangen werden und die Investoren sehr vorsichtig sein sollten. Das Ganze extrem risky ist und indirekt wird er da natürlich die Leute in eine Richtung führen, die reguliert ist von der SEC approved, also genehmigt ist von der SEC. Und das wäre ja genau dieser Bitcoin-Spot ETF, der all das erfüllt, was der bisherige Kryptomärkte und die Projekte dort so nicht erfüllen. Und er geht halt davon aus, dass Gary seine Freunde, er nennt sie also seine Kumpels, seine Buddies von BlackRock unterstützen will damit, indem er eben indirekt die Leute schon mal dahin schiebt und sagt, ey, wenn ihr sowas machen wollt, dann aber bitte über BlackRock, denn da ist alles reguliert, sauber und ordentlich. Und ja, genau so kann ich es mir auch vorstellen. Also von daher ein sehr gutes Argument, kann ich mir gut vorstellen, dass es genau deshalb jetzt gewählt wurde von Gary, auch so ausführlich, weil er eben genau weiß, dass es morgen losgeht. Ja, hier im nächsten Teil, das fasse ich euch vielleicht mal kurz zusammen. Ich habe ein bisschen geschaut, da spricht ihr über Dollar Cost Average für all diejenigen, die nicht wissen, was DCA oder Dollar Cost Average bedeutet. Es heißt ganz einfach, dass ihr nicht an einem Tag alles ausgebt, sondern dass ihr entspannt in gewissen Abständen immer mal wieder einkauft und das zu hohen Kursen, zu niedrigen Kursen, zu mittelhohen Kursen, weil man eben nie genau weiß, wie das Ganze weitergeht. Es gibt hier ein Beispiel, hättet ihr also bei 69.000 Dollar eure Bitcoin gekauft, aber danach immer weiter eingekauft, danach in weiteren Abständen oder in weiteren Etappen immer wieder nachgekauft, hättet ihr irgendwann auch Bitcoin bei 16.000 Dollar gekauft. Und das war eine relativ lange Zeit, wo Bitcoin deutlich unter der 20.000 Dollar Marke war. Dementsprechend wärt ihr heute, er hat ja so einen Zeithorizont von 789 Tagen zugrunde gelegt, über 70% im Plus, obwohl ihr damals so hoch eingekauft habt. Das ist also die Macht des Dollar Cost Average, die Macht des In-Etappen-Einkaufens. Und genau das predige ich euch ja auch schon seit Jahren, dass man nicht an einem Tag alles ausgibt, auch wenn man gerade ein FOMO ist, sondern seine Munition, beispielsweise Stablecoins, sicher auf dem Ledger aufbewahrt und dann eben wartet, dass der Moment kommt, wo man mal wieder einen Teil davon investiert und nicht aus Emotionen heraus an dem Tag glaubt, heute ist der letzte Tag meines Lebens, wo ich das günstig kriege, das Ding, und dann irgendwie alles verpulvert, ja. Also für die Zukunft für euch jetzt nicht nur im Kaufen, sondern auch im Verkaufen ganz wichtig, vielleicht nicht alles überall zu machen, sondern eben in Etappen und Stück für Stück, weil man sich denn im Nachhinein nicht groß ärgert, dass man eventuell zu früh verkauft hat oder zu spät verkauft hat. Also das ist, wenn man am Einkaufen ist, dankbar, wenn der Kurs steigt, denn alles, was man bisher im Hordelberg hat, das steigt dann eben mit. Und wenn der Kurs fällt, sagt man sich auch nicht schlecht, dann kriege ich eben deutlich günstiger den gleichen Coin oder den gleichen Token, den ich zuvor gekauft habe und kriege deutlich mehr davon für mein Geld. Lastly, I'll talk about this. This is where Bitcoin is anticipated to go, right? Humans have a difficult time, comprehensive, exponential growth. Hold on tight, or I should say strap on tight. This is going to be fun. That's exactly what Bitcoin is going to do. Of course there'll be some, some up and downs. Aber ganz im Ernst, die XRP-Community wird immer mal wieder verdonnert dafür, dass sie über 50, 60, 100 Dollar, 589 Dollar XRP spricht. Und ich bin bei euch, wir sind da bei 50 Cent und von daher brauchen wir da glaube ich jetzt auch gar nicht groß argumentieren. Aber mal auf der anderen Seite, Freunde. Bitcoin war heute vor ziemlich genau einem Jahr bei 16.000 Dollar und jetzt wird überall davon geredet, dass Bitcoin in den nächsten zwei, drei Jahren 300.000 Dollar erreicht. Ich meine, ich will es nicht abtun. Ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges geht. Wir sind noch in einem sehr jungen Markt meiner Meinung nach nach wie vor. Hier ist noch nicht wirklich viel Market Cap drin im gesamten Kryptomarkt. Da geht noch einiges. Und mit Sicherheit werden mehrere neue Geldhäne ordentlich aufgedreht, wenn die ganzen Institutionen einen regulierteren Rahmen vorfinden. Aber es ist schon ein bisschen witzig, wie da immer so ein bisschen zweierlei Maß gemessen wird. Ich bin da nach wie vor der Überzeugung, wenn XRP die Erlaubnis bekommt, vom Gericht eben weitermachen zu dürfen in Form von einem Urteil, das pro Ripple fällt, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass auch da ein ETF kommt und dass auch da die Institutionellen investieren werden. Denn die machen das ja nicht nur abhängig von der Farbe des Logos, sondern sie machen es ja vor allem abhängig von ihren Chancen im Vergleich zu den Risiken. Wenn ein Asset reguliert ist und schon etabliert ist, so wie XRP, mal unter uns, wenn ihr Investor wärt, würdet ihr in Bitcoin investieren, der dann vielleicht nochmal X5 machen könnte, wenn wir von 250, 300.000 Dollar sprechen? Oder würdet ihr sagen, hey, guck mal, neben Bitcoin ist jetzt auch noch XRP reguliert? Die haben ein Market Cap von 30 Milliarden Dollar und die sind auch schon seit über 10 Jahren am Markt. Macht das nicht auch Sinn, da ordentlich reinzubuddern? Ich meine, da hast du doch die Chance, dass auch da noch ordentlich Market Cap reinkommt, deutlich größer. So sehe ich das zumindest, Freunde. As we're trending upwards. But if you look at any altcoins in 2021, that's exactly what it looks like. Okay, das hier war nochmal interessant und zwar sagt er, neben Bitcoin wird es auch noch andere Dinge geben, die richtig abgehen werden, seiner Meinung nach. Und da kommen wir jetzt gleich unter anderem auf das Thema Ordinals, beziehungsweise BRC20. Ich lege euch auch in diesem Jahr ans Herz, mir bei Patreon zu folgen. Ihr findet den Link hier unten in der Videobeschreibung, denn dort habe ich den Leuten schon vor etwa einem halben Jahr gesagt, bereitet euch vor, Ordinals werden kommen. Es werden BRC20-Token kommen, die performen werden. Wir hatten schon damals Ordi im Blick, da waren sie gerade auf 5, 6, 7 Dollar gefallen. Manchen Content kann ich einfach so nicht bei YouTube abbilden, weil er zu sehr ins Detail geht. Ich möchte hier die große Masse von euch abholen und nicht einige wenige, die vielleicht wirklich tiefer bohren wollen im Crypto Game. Falls ihr also Bock habt, findet ihr den Link zu Patreon hier unten in der Videobeschreibung. Ein paar Plätze in der Goldgruppe sind noch frei und ich freue mich auf dich. Was neben diesen ganzen Thematiken, die er gerade anspricht, auch wenig mitbekommen ist, dass auch das Lightning Network immer mehr Form annimmt. Ich selbst bin gerade in einigen Lightning-Projekten investiert, gucke mir gerade an, wie sich die ganze Plattform Stück für Stück aufbaut und ich glaube, da ist man so wirklich richtig früh dran. Also wenn ihr euch für das Thema Lightning Network interessiert und da vielleicht mal wissen wollt, wie kann man da eigentlich partizipieren, wie kann man da vielleicht mal Fuß fassen. Kann ich dazu vielleicht nochmal ein gesondertes Video machen und euch mal so ganz kurz und knapp zeigen, wie kann man in dieses wahrscheinlich in Zukunft extrem wichtige Thema eintauchen und da vielleicht jetzt schon gleich am Anfang mit dabei sein. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt es mir einfach hier unten rein oder liked das Video, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass es euch gefallen hat. Oder ansonsten empfehle ich euch, wie gesagt, beschäftigt euch mit Ordinals, mit Inscriptions, BRC20-Standard und es gibt mittlerweile so viele Projekte, die ebenfalls solche Inscription-Standards haben. Sehr, sehr, sehr geil. Sogar das Phantom Wallet, eines der meistgenutzten Kryptowallets im Bereich Web3, selbst die haben jetzt angefangen, Bitcoin und Ordinals zu implementieren. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Eigentlich war Phantom vor allem auf Solana fokussiert. Jetzt haben sie tatsächlich alles umgemodelt und Bitcoin und Ordinals mit reingenommen. Also das solltet ihr euch schon zu denken übrig lassen. So und last but not least hat er hier nochmal zwei Projekte vorgestellt. Ich möchte nicht alles vorgreifen, denn ihr sollt euch im Idealfall auch nochmal sein Video anschauen. George macht wirklich einen geilen Job und von daher guckt euch mal an. Also er empfiehlt euch hier Multibit-Mubi. Sagt auf jeden Fall, das Ding soll wo richtig abgehen. Aktuell eine Market Cap von 165 Millionen. Ist gar nicht mehr so Low Cap. Wobei das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Für mich wäre das schon fast ein Mid-Cap-Coin. Und das zweite Projekt, das hier vorsteht, ist der sogenannte Mint Layer. ML. Mint Layer. Auch da haben wir etwa 300 Millionen Market Cap und auch das Ding scheint seiner Meinung nach Potenzial zu haben. Ja Freunde, es gibt also einiges zu tun heute, wie ihr merkt. Wir stehen kurz davor, zumindest wenn man in der Community glauben darf, dass der Bitcoin ETF genehmigt wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es so kommt. Wenn ja, bin ich noch gespannter, ob denn wirklich die so sehr ersehnte Kurs-Explosion stattfindet. Es wirkt fast so, als würde sich so ein bisschen FOMO breit machen. Aber wir behalten im Hinterkopf, ich blende es hier nochmal ein, die Worte von Kaye Fiburt, die selbst mit ARK Invest ein Spot ETF beantragt hat. Sie sagte vor einigen Tagen, dass sie unter Umständen mit einem Sell-The-News-Event rechnet. Allerdings hat sie das ein Stück weit revidiert in einem Beitrag von gestern oder vorgestern war es. She said no Sell-The-News, but who knows. Also sie sagt, naja, vielleicht wird es doch kein Sell-The-News-Event, aber wer weiß das schon. Eine geile Woche wartet in jedem Fall auf uns. Ich bin bestimmt noch das ein oder andere Mal für euch da. Hoffe, die Reaction hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao!